Ich bin Stadtpfarrer Stefan Buß aus Fulda. Die heilige Mutter Teresa von Kalkutta, sie lebte 1910 bis 1997, war eine indische Ordensschwester und Missionarin albanischer Abstammung. Weltweit bekannt wurde sie durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und vor allem Sterbenden. Für ihre Arbeit bekam sie 1979 den Friedensnobelpreis. In der katholischen Kirche wird Mutter Teresa als Heilige verehrt. Sie wurde im Jahr 2016 von Papst Franziskus heilig gesprochen. Jeden Tag begann sie bewusst in der Gegenwart Gottes, bevor sie sich der Arbeit an den Kranken und vor allem Sterbenden widmete. Von ihr stammt der folgende Tagessegen. Jeder Tag ist eine Chance, nutze sie. Jeder Tag ist Schönheit, bewundere sie. Jeder Tag ist Seligkeit, genieße sie. Jeder Tag ist ein Traum, mache daraus Wirklichkeit. Jeder Tag ist eine Herausforderung, stell dich ihr. Jeder Tag ist ein Spiel, spiele es. Jeder Tag ist ein Reichtum, bewahre ihn. Jeder Tag ist Liebe, erfreue dich an ihr. Jeder Tag ist ein Versprechen, halte es. Jeder Tag ist ein Abenteuer, wage es. Jeder Tag ist Leben, verteidige es. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den heutigen Tag auch als neue Chance sehen und im Vertrauen auf Gott auch nutzen. Osthessen News Sehen, was bewegt Geschenk Vertraue Untertitelung des ZDF, 2020